Die Zigarren liegen in Reichweite. Oh, danke. Thomas von Aquin, Augustinus. Wasser? Danke, pur. Alles nur Theologie, Philosophie. Lesen Sie denn gar keine wissenschaftlichen Werke? Ich gehe zur Quelle. Ich lese in den Seelen meiner Pfarrkinder, Inspektor. Ja, also was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie wieder einmal Hilfe? Hat jemand den Premierminister umgebracht oder eine Bank ausgeraubt? Ehrlich gesagt, Hochwürden, ich bin zu Ihnen ins Pfarrhaus gekommen, um ein bisschen, na, was soll ich sagen, um ein bisschen Werkspionage zu treiben. Aber, für was halten Sie mich eigentlich? Für ein Genie. Sehe ich so aus? Sie sehen harmlos aus. Aber Ihre Aufklärung im Mordfall Mondschein war einfach genial. Ja, einfach war sie. Wenn Sie das als genial bezeichnen wollen? Verehrter Pater Braun, über Sie gibt es nur zwei Meinungen. Ja? Die einen halten Sie für einen Hellseher, der mit dem Teufel im Bunde ist. Oh. Die anderen für einen Pfarrer, der die Seelen seiner Gemeindekinder sträflich vernachlässigt. Um Himmels Willen, ist das wahr? Ja, freilich, haben Sie das denn nicht gewusst? Nein. Na ja, also, wenn dem so ist... Gut, ich will mein Gewissen erleichtern. Es ist an der Zeit, Inspektor, ein Geständnis abzulegen. Es gelang mir nur deshalb, einige Mordfälle aufzuklären, weil ich selbst diese Leute ermordet habe. Was haben Sie? Ja, ich habe Sie ermordet. Ich machte den genauen Plan für alle diese Verbrechen. Ich bemühte mich, in den Mörder hineinzuschlüpfen, bis ich selbst der Mörder war. Ich bewegte seine Arme und Beine. Und deshalb wusste ich natürlich auch sehr bald, wer der Mörder war. Haben Sie mir einen Schrecken eingejagt? Einen Augenblick lang sah ich bereits die Schlagzeile in den Zeitungen. Ein frommer Priester als Verbrecher entlarvt, die hundert Morde des Pater Braun. Pater Braun? Oh, Moment, für Sie, Inspektor. Ah! Danke. Inspektor Smith, was gibt's denn? Der Gefängnisdirektor von Sheffield. Ja? Was? Augenblick, ich schreibe mit. Augenblick noch, ja? Ja, ich bin soweit. Was steht auf dem Zettel? Das war... Das war Notwehr. Augenblick, so. Notwehr. Und... Und er hatte das Gewehr. Ich wollte weder ihm noch sonst jemand etwas zuleide tun. Bis auf einen... Augenblick, bis auf einen. Ja, weiter bitte. Die Kugel... ...hebe ich mir für... Pilgrim's Pond. Auf... Unterschrift? Ja? O... R. Ein gewisser Oskar Reilis, das im Gefängnis von Sheffield entsprungen und auf dem Weg nach Pilgrim's Pond. Pilgrim's Pond? Das ist das Schloss des Millionärs Ayrton Tat? Ja, wahrscheinlich hat er dort mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen. Hallo, hallo! Sind Sie noch da? Ja, ja, ich bin noch. Ja, ich werde sofort alles nötig erfahren lassen. Hat er das Gewehr mitgenommen? Keine Sorge, wir werden auch bewaffnet sein. Sie wissen vielleicht hochwürden, dass Todd heute ein großes Kostümfest gibt. Hallo! Na, Virginia, wie amüsierst du dich? Oh ja, sehr! Oh ja! Virginia! Mary! Wie steht sie mir? Oder wie? Himmlisch! Du willst mir ein Kompliment machen? Ist es ein Kompliment? Nein! Da ist Etta, die Tochter unseres Gastgebers. Ach! Und wer ist das, mit dem sie tanzt? Lord Falkenray. Er hat 20 Jahre in Amerika gelebt und ist erst vor wenigen Tagen nach England zurückgekehrt. Er hat einen Rikki Kett. Musik Was falken mir rein? Was? Ein Lord Falkenrei verlobt sich mit der Tochter eines Bierbraums? Meine Liebe, Etta Tod erbt 20 Millionen Pfund. Falkenrei ist ein Lord, zugegeben. Aber der alte Eierten Tod ist König einer ganzen Bier-Dynastie. Glockenrei Schafft ihn ins Präsidium, ich will ihn verhören. Sie bleiben hier ans Wache. Lieber Inspektor Smith, wissen Sie, was peinlich wäre? Wenn Sie herausfinden würden, dass er ein ganz harmloser Sportsmann ist, der für einen Dauerlauf trainiert. Nein, das ist er nicht. Ja, Sie dachten, es wäre der durchgebrannte Sträfling, weil Sie eben erfahren haben, dass in Sheffield ein Sträfling durchgebrannt ist. Der Mann trägt grobe und zerrissene Kleider. Offensichtlich hat er es fertiggebracht, seine Sträflingskleider gegen einen Zivilanzug einzutauschen. Und der passt ihm natürlich nicht. War mir deshalb augenblicklich klar, wer da auf mich zurannte. Man, das ist ein kleines Stück schneller Detektion. Aber hat er ein Gewehr? Unser Mann hatte sich doch eine Kugel aufgehoben, um mit jemandem im Pilgrimspont abzurechnen. Sie erinnern sich. Ich habe nämlich gehört, dass eine Kugel ohne Gewehr nicht mehr halb so nützlich ist. Wahrscheinlich war ihm das Gewehr lästig und er hat es weggeworfen. Ah, ja, ja, das ist leicht möglich. Es ist nicht der Mühe wert, sich weiter darüber den Kopf zu zerbrechen, denn wir sind bereits sicher, dass wir den entflohenen Sträflings Oskar Ryan verhaftet haben. Aber Inspektor, wieso denn? Da Sie so eigensinnig sind, wollen wir ganz von vorne beginnen. Bitte, dieses Beweisstück fand ich in seiner Jackentasche. Erlesen Sie hochwürden. Aus der High Society, Eier-Arten-Tatt, Brauerei-König und vielfacher Millionär macht wieder einmal mit einem exzentrischen Maskenfest von sich reden. Haben Sie Lord Falkenregen gesehen? Nein! Glauben Sie jetzt immer noch, dass es sich bei dem Verhafteten um einen harmlosen Sportsmann handelt? Sie sehen doch hochwürden, dieser Fall ist klar wie der helle Tag. Oskar Ryan hat sich aus dem Gefängnis von Sheffield auf den Weg zu Pilgrimsbond gemacht, um Lord Falkenregen zu töten. Und zwar an seinem Verlobungstag. Aber zum Glück konnte ich diese Gewalttat verhindern. Wirklich? Sie glauben mir noch immer nicht? Verdammt! Verzeihen Sie hochwürden. Hochwürden, Sie machen sich nicht klar, dass Etatat volle 18 Jahre alt war, als Sie Vater sein Glück machte. Es ist also nicht so unmöglich, dass noch von früher her ein Verehrer aus, sagen wir, einfachen Kreisen, an ihr hängt. Oder, dass sie an ihm hängt. Ja, das klingt ziemlich überzeugend. Na, Inspektor, Sie haben diesen Fall wieder einmal meisterhaft analysiert. Logik ist nun einmal die Waffe des Kriminalisten. Logik an sich ist ja noch keine Todsünde. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Inspektor! Bitte! Bitte denken Sie an Ihren Ruf. Es wäre doch wirklich peinlich, wenn Sie herausfinden würden, dass es nur ein ganz harmloser Sportsmann war. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Lord Falkenry, Lord Falkenry, Lord Falkenry! Ayrton, was hast du? Virginia, bist du es? Hast du Lord Falkenry gesehen? Ja, etwa vor einer Stunde. Er ging runter zum Teich. Warum? Ist was passiert, Ayrton? Dann hat man ihn ermordet. Ich bin sicher, dass die Hand, welche die Lichtsignale gegeben hat und die Hand, welche Lord Falkenry ermordet hat, einander sehr gut kennen. Und was wollen Sie jetzt tun? Ich vermute, dass Sie entsetzt sein werden. Warum? Was meinen Sie? Ich meine, dass hier eine ausgezeichnete Gelegenheit wäre, die Maschine auszuprobieren, von der ich Ihnen erzählt habe. Was? Sind Sie noch bei Verstand? Sie sprechen doch nicht von diesem, von diesem Lügendetektor. Er ist fix und fertig installiert. Ja, begreifen Sie denn gar nicht, was Sie da machen? Sie erniedrigen den Menschen zu einem bloßen Uhrwerk. Hochwürden, es handelt sich um einen Mord. Bitte, Pater Braun, kommen Sie mit. Moment. Bring den Mann ins Verhörzimmer. Wir haben es hier mit einem einfachen elektrischen Gerät zu tun. Leonard Kieler, Psychologe der Medizin-Universität, hat vor kurzem sein erstes Patent auf diesen Lügendetektor erhalten. Wie Sie wissen, verändert jeder Schock die Herztätigkeit. Diese Nahrung zeigt Blutdruck und Pulsschlag der getesteten Person an. Dieser Apparat kann nicht lügen, meiner Meinung nach. Kein Apparat kann lügen, aber er kann auch nicht die Wahrheit sagen. Ich habe nämlich gehört, dass weder Zahnräder noch elektrische Drähte ein Gewissen haben, Inspektor. Rein! Nehmt Ihnen die Handschellen ab. Wir werden ihn zuerst ein wenig beruhigen, damit er seinen normalen Puls bekommt. Ich protestiere! Lassen Sie mich doch erklären, wie das alles... Das ist ein Irrtum. Sie sind also nicht geflogen. Doch, aber nicht aus dem... Also doch! Ich gebe es auf. Aber ich verlange von Ihnen, dass Sie sofort meinen Anwalt verständigen. Sie sind also nicht der Mann, der in der vergangenen Nacht aus dem Gefängnis von Sheffield entflohen ist? Nein. Sie haben auch nicht, bevor ich Sie verhaftete, einen Mord begangen? Was? Was soll ich begangen haben? Einen Mord. Mr. Oscar Ryan. Oscar... Aber ich bin doch... Inspektor, ich weiß nichts. Es geht mir alles durcheinander. Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Ich bin jetzt beinahe bereit, Ihnen zu glauben. Mögen Sie eine Zigarette? Nein, danke. Ich haufe immer meine eigene Sorte. Weg. In der Tat, Mr. Ryan, Ihre Sache steht gut. Was noch fehlt, ist eine kleine Formalität. Bitte. Was ist denn das? Ich protestiere. Ich will mit einem Anwalt sprechen. Aber, Mr. Ryan, ich brauche nur Ihre Reaktionen auf einige kleine harmlose Worte, die ich jetzt da drüben an die Tafel schreiben werde. Und dann können Sie meinetwegen nach Hause gehen. Sie wollen doch nach Hause, Mr. Ryan, nicht wahr? Natürlich. Was soll denn diese alberne Frage? Gut, dann setzen Sie sich bitte. Ja, meinetwegen. Lesen Sie, was ich geschrieben habe, Mr. Ryan. Raya. Adler. Adler. Falke. 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 Sehr gut, Mr. Ryan. Ich glaube, das genügt. Das heißt, einen Augenblick, bitte. Ach, bitte, Mr. Ryan. Was ist das? Ein Revolver. Mhm. Und was ist das? Ein... ein Gewehr, natürlich. Abklemmen. Nun, Hochwürden? Sagen Sie selbst. Wer sonst hat Ursache, bei dem Namen Falkenreh erregt zu werden, wenn nicht der Mann, der ihn erschossen hat? Wer sonst hat Grund, bei dem Anblick eines Gewehres die Fassung zu verlieren? Wenn nicht der Mann, der vor drei Stunden mit einem Gewehr einen Mord begangen hat? Gibt es eine bessere Zeugenaussage als die Zeugenaussage dieses verlässlichen Apparates? Ja, Sie vergessen immer, Inspektor, dass dieser verlässliche Apparat stets von einem unverlässlichen Apparat in Betrieb gesetzt werden muss. Wie meinen Sie das? Ich meine den Menschen, den unverlässlichsten Apparat, den ich kenne. Verzeihen Sie, nach diesem Ergebnis können Sie doch nicht... Bitte, bitte zugegeben. Sie haben eine Reihe unverfänglicher Worte an die Tafel geschrieben und dann die entscheidenden Worte Falke und Falkenreh. Aber woher wollen Sie wissen, dass nicht er Ihr Verhalten beobachtet hat? Vielleicht waren Sie aufgeregt und er hat das bemerkt. Ich war ruhig. Ich bin immer ruhig. Wie wollen Sie das beweisen? An Ihrem Puls war ja kein Apparat befestigt. Ich sage Ihnen, ich war ruhig. Ich war kühl. Wie eine Gurke. Verbrecher können auch kühl wie Gurken sein. Und beinahe so kühl wie Sie, Inspektor. Nun, der weiß eben nicht. Auch würden Sie langweilen mich. Das tut mir... Lasst mir die Ruhe! Mal halten! Ruhe! Zum Teufel noch mal! Entschuldigen Sie, Hochwürden. Was ist das für eine Schlamperei? Inspektor, ich halte das nicht mehr aus. Also schön gut, wenn Sie unbedingt alles wissen woll... Wissen Sie eigentlich, wem Sie da vor sich haben, Inspektor? Das ist Dragar Davis. Sie haben Dragar Davis gefangen, Inspektor. Herzliche Glückwunsch! Dragar Davis? Dragar Davis pflegte meist mit Kellnerinnen und kleinen Ladenmädchen umzugehen und ihnen ihr Geld herauszulocken. Sehr oft ging er jedoch viel weiter. Man fand die Mädchen mit Schokolade und Zigaretten betäubt und Ali Hab und Gut war verschwunden. So. Aber er konnte seltsamerweise niemals ganz überführt werden. Und das hat jetzt mein armer kleiner Apparat fertiggebracht. Ich glaube nicht, dass man Dragar Davis wegen dieser alten, wahren Geschichten verurteilen kann. Nein! Und was den entsprungenen Sträfling anbelangt, so bin ich ganz sicher, dass Sie den noch nicht gefangen haben, Inspektor. Mein lieber alter Swiss, nun wird mir die Sache zu dumm. Probieren Sie Ihr Versteckspielen mit jemand anderem, aber nicht mit mir. Ich warne Sie. Ich habe genug Einfluss bei den Behörden, um Ihnen das Leben gehörig sauer zu machen. Geben Sie mir einen Augenblick, ich meine Gast frei! Inspektor, ich möchte gerne eine Vermutung aussprechen. Sie klingt aber etwas verwirrend. Ich glaube, Sie kennen diesen Herrn. Sie kennen ihn ganz gut. Aber Sie kennen ihn nicht, natürlich nicht. Das klingt paradox, ich weiß. Na, da wird der Igel glatt. Jetzt hören Sie mir zu! Moment, Moment! Ich glaube, ich kann alles aufklären. Ich fürchte, Sie haben die Gesellschaftsnotiz nicht genau genug gelesen. Er hat einen Tag Brauerei-König und vielfacher Millionär, macht wieder einmal mit einem exzentrischen Maskenfest von sich reden und so weiter und so weiter. Und was hat der damit zu tun? Ja, Inspektor, einer der Gäste dieses Herrn ist leider verschwunden. Und Mr. Tart als guter Gastgeber... Was? Sie sind Mr. Tart? Na, freilich, wer denn sonst? Mr. Tart? Ja, er hat die Spur seines Gastes bis hierher verfolgt, ohne sich erst Zeit zu nehmen, sein Festkostüm abzulegen. Wieso seines Gastes? Einer der Gäste von Mr. Tart? Ja, der, den Sie gefangen haben. Komm schon. Das war Lord Falkenray? Das ist Lord Falkenray. Ja, Sie werden es schon glauben müssen. Schauen Sie einmal, Inspektor. Sie sagten, dieser Apparat, dieser Lügendetektor, der könne keine Fehler machen. Und in gewissem Sinn hat er ja auch keinen gemacht. Der andere Apparat beging den Fehler. Welcher Apparat? Der Apparat, welcher ihn in Betrieb setzte. Sie haben angenommen, dass der Puls dieses Mannes bei dem Namen Falkenray zu springen begann, weil er Lord Falkenrays Mörder war. Aber er hat zu springen begonnen, weil er Lord Falkenray ist. Wollen Sie etwa behaupten, dass Lord Falkenray Drager Davis ist? Ich sage nichts weiter. Den Rest überlasse ich Ihnen. Aber Drager Davis ist Drager Davis treu geblieben. Er hat nur seinen Wirkungskreis in die High Society verlegt. Und diesmal hatte er es nicht auf die Ersparnisse eines Ladenmädchens, sondern auf die Millionen Mitgift von Etatat abgesehen. Was wollen Sie damit? Das kenne ich doch. Ja, Sie haben nur die falsche Seite aufgeschlagen. Ja, hier. Bitte lesen Sie einmal. Häftling aus dem Gefängnis von Sheffield entflogen. Na ja, das weiß ich doch nicht. Ja schon, aber Lord Falkenray hat es offensichtlich nicht gewusst, als ihm die Zeitung in die Hand fiel. Bitte lesen Sie weiter. Wer hat er niedergeschraubt? Zettel gefunden. Hebe mir die Kugel für Pilgrimsbond auf. Ja, und als er das las, ist Lord Falkenray aus dem Schloss geflohen. Um Gottes Willen. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Sie schreien. Ich muss ihn finden. Ich hab dir doch gesagt, er ist verschwunden. Er kann doch nicht vom Erdboden verschluckt worden sein. Er muss Lunde gerochen haben. Komm, es wird schon Tag. Wir müssen los. So. Er wurde jetzt endlich verloren, wir Feind. Ayrton. Wo warst du so lange? Wo ist Etta? Na, Falkenray, wo haben Sie sich herumgedreht? Etta, da ist sie ja. Aber der arme Apparat kann ja nichts dafür. Er hat schon richtig funktioniert, nur wir nicht. Mein lieber Inspektor, Sie ärgern sich ja nur, dass Sie die beiden nicht erwischt haben. Dieses Luder. Wer? Wer? Etatot. Er hat das eben großartig arrangiert. Es war eine geniale Idee von Ihr, Ihrem Vater, dem alten Tatt, diesen Lumpenball einzureden. Sonst wäre diese Flucht niemals gelungen. Sicher. Hallo, McLean. Inspektor. Bauen Sie diese ganze Maschine ab. Zu Gefehl, Inspektor. Und was soll damit geschehen? Von mir aus schenken Sie sie Ihren Kindern zu Weihnachten. Lieber Inspektor. Die Scháp. Die Sch禁 stirbt Ihnen in einem Haus. Amen.